Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Sprüche 16 Vers 1 da steht, Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat Gott. Das letzte Wort hat immer Gott und deswegen sollten wir ihm alles anvertrauen. Wir machen oft so viele Pläne, die nicht immer so gut sind oder auch wirklich gut sind, aber Gott hat immer das letzte Wort. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Alles ist möglich. Heute ein Tipp. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Alles ist möglich. Das ist eine Aussage, wo wir kennen aus der Bibel. Aber leben wir auch so? Reden wir auch so? Oder sagen, ja, alles ist möglich. Aber in Markus 9 Vers 3 steht, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Also, da ist eine Bedingung mit dabei. Wenn du mir vertraust. Ja, trauen wir, vertrauen. Trauen wir wirklich Gott? Alles ist möglich zu. Wir kennen alles, was unmöglich ist um uns herum und haben das schon irgendwie abgehakt. Ja, das wird nichts mehr. Da bin ich viel zu alt. Das kann ich nicht und so weiter. Aber in der Bibel heißt es, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Hast du irgendwas, wo bei dir unmöglich ist? Ich sage dir, vertraue dem lebendigen Gott. Es sind andere Dimensionen, wenn wir mit Gott zusammen sind, als wenn wir hier in der Welt sind, wo so vieles unmöglich ist. Wir sind begrenzt mit unseren Möglichkeiten. So vieles Unmögliche. Wir wissen, dass wir, wenn wir jetzt hier sitzen, nicht einfach so machen können und fliegen. Nein, wir schaffen das nicht. Aber so, wie man, wenn man fliegen möchte, in ein Flugzeug steigt und man dann auf einmal fliegen kann, weil man was anderes dabei hat, also das Flugzeug und den Kapitän und alles. So ist es auch im Leben. So wird Unmögliches möglich, wenn du bei Gott einsteigst. Unmögliches wird möglich. Du schaffst es nicht, aber mit Gott wirst du es schaffen. Es wird bei dir auch Unmögliches möglich werden. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch Unmögliches möglich machst bei Menschen, die sagen, es ist unmöglich. Ich bin unheilbar krank. Ich habe das, ich habe jenes und habe keine Finanzen und so weiter und so fort. Ich danke dir dafür. Herr, für jeden, der bei dir einsteigt und sagt, oh mein Gott, mit dir ist alles möglich, auch wenn es für mich unmöglich ist. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe. Auch diese Frau bittet um Gebet. Ich bitte um Gebet für mich. Habe in beiden Knien Arthrose. Sie schmerzen sehr. Das rechte Knie ist mehr geschwollen. Habe Gehprobleme. Und ich pflege meinen alten Vater. Vielen Dank fürs Beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die in beiden Knien Arthrose hat und unter solchen Schmerzen leidet. Und ich danke dir, dass sie wieder wunderbar gehen kann. Jesus, dass du eingreifst, dass du diese beiden Knie berührst und dass diese Arthrose geheilt ist und verschwindet im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass du auch ihr neue Kraft schenkst für ihren Vater und dass du auch ihm zur Seite stehst, dass du auch diesen Vater berührst. Danke, Jesus. Du bist der Herr über beide Personen und ich danke dir, dass sie wirklich deine Hilfe erfahren dürfen. Amen. Amen. Zwei kurze Gebetsanliegen schreiben diese beiden Frauen. Ich habe Schmerzen im Körper. Meine Zehen sind taub. Und die andere Person schreibt, hallo, ich leide immer mehr an einer ungeklärten Atemnot. Danke. Und Jesus, du kennst auch diese beiden Personen und ich danke dir, dass du eingreifst, dass diese Zehen wieder in die volle Funktion kommen, dass dieser ganze Körper wieder in seine volle Funktion kommt und dass diese Nervenbahnen oder Blutbahnen oder diese ganze Ursache, wo dafür verantwortlich ist, dass das in Ordnung kommt. Danke, Jesus, dass du diese Frau berührst, dass sie wirklich wieder wunderbar gehen kann. Danke, Jesus, du bist der Herr auch über ihr und auch über der anderen Frau, die diese Atemnot hat, wo man nicht weiß, wo es herkommt. Und ich danke dir, dass du diese Lunge berührst, diese Atemnot, diese Ursache beseitigst. Danke, Jesus, du kennst sie von Kopf bis Fuß und ich danke dir, dass sie heil sein darf in deinen Wunden. Du hast es ans Kreuz getragen, jegliche Krankheit und jeglichen Schmerz und ich danke dir, dass alles wieder in die vollständige göttliche Schöpfungsordnung kommt, wie du sie geschaffen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Die Infos sind eingeblendet. Ja, und eine Frau bittet für ihren Mann. Sie schreibt, bitte betet für meinen Mann, denn es geht ihm momentan sehr schlecht. Die Krebserkrankung macht keinen Halt. Die Übelkeit und Schmerzen nehmen nicht ab. Es ist furchtbar, wenn man nicht helfen kann und er doch noch Hoffnung hat, Hilfe von Jesus zu bekommen. Bitte betet für ihn. Danke und liebe Grüße. Ja, das machen wir gerne und da fällt mir eigentlich das Thema von heute ein. Nichts ist unmöglich oder umgekehrt gesagt, alles ist möglich und dafür wollen wir jetzt auch bitten, Herr, ich danke dir dafür. Du siehst diese Unmöglichkeit von Menschen und von Ärzten und siehst auch die Not und all das, das Psychische, was auch wirkt und die Emotionen und all die Schmerzen und all das. Das, was einfach, Herr, so begrenzt ist an Möglichkeiten. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass jegliche Krebs macht oder jegliche Krebs weichen muss in Jesu Namen, dass er verschwinden muss. Herr, deine Tat am Kreuz, dein Blut ist stärker denn jede Krebskrankheit. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir im Glauben, Herr, in deiner Autorität Heilung ausrufen über diesen Mann und danke, Herr, dass du auch mit der Frau bist, Herr, dass sie noch eine lange, wunderbare Ehe miteinander haben dürfen. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. Lieber Daniel Müller, herzlichen Dank für Ihre Ermutigung der Woche. Genau das habe ich heute gebraucht. Ich hatte mich gestern als Versagerin betitelt, weil ich wieder angefangen habe zu rauchen. Acht Tage hatte ich nicht geraucht. Ich hatte so starke Entzugserscheinungen und schwere Depressionen, sodass ich wieder angefangen habe. Aber ich werde nicht aufgeben, dank Ihrer Worte. Eine Freundin hat mir geraten, zu reduzieren und dann wieder aufzuhören. Vielen Dank. Ja, bei Gott ist die Lösung. Und schön, wenn du dran bleibst. Und das ist auch wirklich wunderbar. Man muss auch wirklich widerstehen. Natürlich muss man das eine und andere einhalten. Klar, aber widerstehen. Und ich wünsche dir, dass du das so richtig erlebst, frei zu werden. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir auch hier Freiheit ausrufen dürfen. Herr, dass das ganze Nikotinzeug, Herr, keine Krallen mehr festhalten, sondern, Herr, danke, Herr, dass sie befreit sein darf. In deinem Namen, Jesu und Herr, danke, Herr. Herr, lass ich es erleben. In der ganzen Bandbreite. Danke. Amen. Amen. Viele Gebetserhörungen haben uns erreicht und ich habe wieder einige mitgebracht. Eine doppelte Gebetserhörung, schreibt da jemand. Das Gebet für meine zwei Enkel ist erhört worden. Beide haben eine Arbeitsstelle. Wir sind alle dankbar und glücklich. Beide können jetzt mit dem Tod ihres Vaters besser umgehen. Eine Frau aus den neuen Bundesländern schreibt uns, danke für eure Gebete. Die starken Schmerzen im Arm sind weg. Ebenfalls eine Entzündung, die ich schon längere Zeit im Mund hatte und mein Rücken ist besser geworden. Eine Rundum-Erneuerung. Und eine Gebetserhörung der Augen. Im Januar 2021 bat ich um Gebet wegen einer schwierigen Augenoperation mit Vollnarkose. In einem Brief von Daniel hat dieser mir Verheißungen aus dem Buch Jesaja zugesprochen. Vor ein paar Tagen war die Abschlussuntersuchung meines Auges. Es ist alles wunderbar geworden. Gott hat alle wunderbar geführt, geleitet und geheilt. Preis sei Gott und unserem Herrn. Ganz herzlichen Dank für eure Gebete, euren Dienst und den aufmundernden Brief. Ja, Gott hat immer wieder Lösungen. Und ein Mann schreibt uns folgendes. Danke für alles Beten, schon mehrfach. Meine Frau hat medizinisch diagnostizierte altersbedingte Makuladegeneration. Jedoch staunt der Facharzt, dass ihr rechtes Auge bisher schon mehrere Jahre mit 80% Sehleistung stabil ist. Das linke Auge hatte nur noch 10% Sehleistung. Dass sie nichts mehr wahrnehmen konnte. Der Facharzt hatte dies als aussichtslosen Befund beurteilt, ihr aber versuchsweise Tropfen verordnet. Seit 11. April 2021 bemerkt meine Frau wieder ein Sehen von Hell und Dunkel und auch Konturen. Wir sehen darin Gottes eingreifen. Und ich bin überzeugt, das, was Gott angefangen hat, das macht er auch zu Ende. Oh ja, danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt auch das richtig vollkommen machst, dass da wieder 100% auf beiden Augen kommt. Herr, was bei den Ärzten unmöglich ist, ist bei dir möglich. Danke. Amen. Amen. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch wieder so ein, nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern richtig viel Hoffnung. Und das ist schön, wenn die Menschen dann auch daran glauben, sich freuen können über das, was sie erlebt haben. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Lass es uns wissen auf der WhatsApp-Nummer, die eingeblendet ist. Oder du kannst uns ein E-Mail schreiben oder die vielen Wege, wie du uns erreichen kannst. Wir würden es gerne anderen weitersagen. Ja, heute haben wir es von dem Nichts ist unmöglich. Alles ist möglich. Ja, beginne zu glauben für eine Sache, die für dich unmöglich ist. Du sagst, ja, du hast genau getroffen, ja, die Sache, die für dich unmöglich ist. Vielleicht, dass dein Mann zum Glauben kommt oder, dass du irgendjemanden findest, mit dem du gemeinsam unterwegs sein kannst oder, 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 oder. Ich sag dir, das Unmögliche ist bei Gott möglich. Beginne dran zu glauben. Danke jetzt schon Gott dafür. Es wird geschehen. Wenn du Hilfe brauchst im Gebet, dann lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, morgen sind wir zum ersten Mal wieder unterwegs und fahren nach Zofingen in der Schweiz. Wir haben schon nahezu alle Plätze vergeben. Und ja, es können nicht mehr mehr Menschen dazukommen. Aber es ist schön, wenn ihr auch für uns betet für morgen 13 Uhr in Zofingen. Und Sonntag um 10 Uhr sind wir wieder für euch da im Livestream. Und es wird eine Überraschung geben. Sei einfach mit dabei. Und wir freuen uns, wenn du zuschaust. Ja, wir sagen Tschüss für heute und freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.